Ich würde allerdings sagen, vorher gehen wir nochmal zum Koffer, denn wir haben einige Sachen, die wir verstauen erstmal, zum Beispiel das Wassertalismann, die rote Pille, das Gebäck, der Honig, die Pfeife, das Krümkraut, Thor's Zorn kommt rein, die Kopfbedeckung von Web kommt rein, der schwarze Gürtel von Web kommt rein. Das sind alles so Web-Sachen, die können wir erstmal ablegen, wie gesagt, ich möchte ja genauso wie die Samen, die Anfangsgegenstände der Leute ein wenig aufheben. Der Goldrang ist wertvoll, den heben wir auf, aber der Rest kann eigentlich verkauft werden, ja, definitiv. Jo, so, dann nehmen wir uns Sachen, und zwar, heh, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Wo sind sie, wo sind sie, die Mana-Eier, Web, das wird gleich sehr, sehr toll für dich, du lernst nämlich Zauber, und die ganzen Erfahrungspunkte, wo sind sie? Genau, der braune Stift für Su's Erdzauber, der blaue Stift für Su's Wasserzauber, der rote für ihren Feuerzauber, und der, ja, nochmal blaue für ihren Windzauber, die werden alle samt an Web gehen. Das kann ich euch sagen, so wie es ist, weil er ja mit Null außer Feuer halt anfangen wird. Genauso wie, äh, die ganzen anderen Sachen. Das Keulenfärbebuch von Su, das werde ich noch aufheben. Das könnte ich jetzt Justin geben, der ja der einzigste ist, der Keulen überhaupt anwenden kann, aber... Wir kennen ja das Spiel, also werde ich es aufheben. Su's Bogenbuch. Web, du kannst Bogen benutzen, also wirst du das auch bekommen. Genauso wie Gatwins Schwertpunkte, Gatwins Feuerpunkte und Gatwins Erdpunkte. So sieht's aus. Ja. Den Rest, äh, würde ich sagen, sparen wir uns erstmal. Die ganzen Sachen von, äh, Gatwin und Su müssten eigentlich auch in unserem Koffer sein. Zum Beispiel die Juwelenkette, die kommt auf jeden Fall mit. Weil die ja echt schon nützlich ist. Mit dem zusätzlichen Komboangriff. Äh, den, 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 den. Ja, den Rest brauche ich erstmal nicht zu wirklich. Die Schuhe sind ziemlich gut. Die hatte... Oh, die hatte Su und Gatwin an, ne? Die bekommen auf jeden Fall die, äh... Ah, Web, der kann die bestimmt benutzen. Gucken wir mal. Oh, jawoll. Und wie, 140 Bewegungen. Web, bitteschön. Dann können wir seine alten Schuhe schon wieder wegpacken. Dann, was können wir noch nehmen von der alten, äh, von der alten Ausrüstung von den beiden. Äh, das sind Su-Schuhe. Die können wir erstmal behalten. Lederbein-Schienen. Das ist eine Verteilung. Sitze in Bewegung. Das waren, glaube ich, Finas ihre Schuhe. Das sind Web seine. Das sind Justin seine, glaube ich. Die beiden Rüstungen. Äh, plus die Drachenweste. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Irgendeine davon wird besser sein. Für Web. So, können wir erstmal ein bisschen von unserem Inventar verwursten, was wir schon so haben. Die Schädelrüstung ist auf jeden Fall besser. Also, Web, bekommst du die. Äh, dann können wir erstmal ein paar Sachen weglegen. Dazu gehört zum Beispiel das Gegengift. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz wie im Inventar. Einfach, weil das Gegengift auch nichts wert ist. Bin ich ja ehrlich mit euch, ne? So. Dann... Gucken wir, was wir sonst noch so von der alten Ausrüstung weglegen können. Weil die, die werde ich halt wirklich nicht mehr brauchen. Sag ich euch so, wie es ist. Ähm, zumindest von der, die wir verkaufen können. Dazu gehört zum Beispiel der Piratenhelm. Der Piratenhelm, falls das denn besser sein sollte überhaupt. Der Drachenschutzreif, der ist von Gatwin. Den können wir sowieso nicht verkaufen. Die auch nicht. Alligator-Schutzrüstung. Äh, ist von Web, genau. Den könnten wir vielleicht gebrauchen. Genauso wie den. Gucken wir mal. Äh. Ja, ich bin schon hier ein bisschen, äh, überfragt. Aber gut, gucken wir mal. Web, kannst du irgendwas vielleicht noch davon gebrauchen? Weil ansonsten wird der Rest wahrscheinlich, äh, wegwandern. Ne, gut, dann gehen wir zum Shop. Hehe. Ach, das wird jetzt ganz toll. Als erstes. Zauber. Zauber, Zauber, Zauber. Wind. Und Erde. Bitteschön, Web. Und da du jetzt die Zauber hast, geben wir dir gleich die ganze Erfahrung. So, Su's Erdzauber. Hatte sie nicht. Daher ist das egal, wem wir es eigentlich geben. Su's Wasserzauber hingegen. Äh, können wir Web noch nicht geben, wenn es noch mal ein Ei fehlt. Aber wie wir schon sehen, bekommen wir dafür sieben Level aufwärts. Die werden Web sowas von gut tun. Su's Feuerzauber. Hatte sie nicht. Und Su's Windzauber. Sind ganze vier Level aufwärts. Das wird bei, das ist bei Web schon gleich auf Level 5. Bitteschön. Ja, Läufer erlernt. Direkt Wind auf Level 5 bei Web. Damit ist ja jetzt mit Feuer auf einem Level. Das ist schon nicht schlecht. So. Su's Bogenerfahrung. Fünf Level für Web. Auch bitteschön. Schwertpunkte. Auch für Web. Weil Justin schon so viele hat. Gatwins Feuerzauber. Das sind immerhin drei Level für Web. Das ist schon klar, wir werden ihm die geben. Und Gatwins Erdzauber sind auch nochmal drei Level. Dann startet er gleich mit Erde auf Level 4. Ja, auch wenn es nicht viel ist. Aber den kleinen Boost. Ähm. Das bringt schon was. Ne? Weil wir brauchen jetzt nur noch wenig Erderfahrung. Dann hat er schon die ganzen Level 1 voll. Ja. Dann geht das ein bisschen fixer. Deswegen habe ich die ganzen Erfahrungspunkte aufgespart und nicht direkt Justin und Feen dazu geworfen. Damit Web so eine kleine Starthilfe bekommt. Weil wieder auf Level 1 anzufangen, ihr glaubt gar nicht wie nervig das ist. Ja. Und dann lernt er schon. Ein paar Zauber auf Level 9 bei Feuer und bei 10 dann. Und ja, geht das alles wesens schneller. Ja, mit seinen Waffen. Ja, mit seinen Waffen fehlt aber auch nicht mehr viel. Gut. Dann verkaufen wir erstmal unseren ganzen überschüssigen Plünder. Plünder, Plünder. Fangen wir unten an. Impfstoffe weg. Neue Heilmittel weg. Brauchen wir alles nicht mehr. Die Schilde sind nicht mehr nutzvoll für uns. Genauso die Helme. Der Piratenhelm. Auch nicht. Der komische Hut. Auch nicht vom Turm der, äh. Vom, äh. Ach, von dem Zwillingsturm. Mein Gott. Den werden wir eh nicht brauchen. Drachenweste, äh. Das war die von Gatwin, meine ich nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde sagen, die tun wir dann beide erstmal wieder zurück. Die dicke Rüstung. Die braucht auch keiner mehr. Die Schuhe auch nicht. Ja. Da war's. Das schon. Ja. Dann gucken wir mal. Was gibt es hier für Waffen? Peitschen. Super. Sind für Fina auf jeden Fall gut. Die ist giftig. Die hat aber nochmal 10 mehr als ange... Wasser als Peitsche. Katzenfisch spart. Äh. Da wir das Geld momentan haben... Bitteschön, Fina. So, den Kafu-Schuriken hat Rapp schon. Der Boomerang hat allerdings noch 7 mehr Angriff. Also den einmal verwebt. Die Baumwurzel plus 33 Angriff. Äh. Ein Blockzauber im Kampf. Ist natürlich praktisch, aber jetzt auch nicht so, äh. Naja. Ich bin mir jetzt relativ unschlüssig. Was hat denn der Feuerstab für einen Angriff? Plus 25. Okay, das würde sich definitiv lohnen. Ach, egal. Wir kaufen einfach alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Nicht. Sekundentod. Ein Schwert bräuchten wir sowieso. Und ein Messer. So, dann haben wir alle Waffen gekauft. Dann wäre das schon mal wieder hinter uns. Ausrüstung. Oh. Ich sehe einen sehr teuren Schild für 18.000. Eieiei. Plus 19 verteilen, das ist natürlich eine Ecke. Ja. Von dem werden wir das, glaube ich, nicht so oft kaufen können. Gucken wir mal. Äh. Teleportiert bei Schaden möglich. Okay. Die hat natürlich ein bisschen mehr Angriff. Und ist auch nicht so teuer. Würde ich sagen, investieren wir bei allen. So. Die Zylinder haben wir zum Glück schon von den Motten. Hehe. Die Sandalen brauchen wir nicht. Flügelstiefel. Flügelstiefel. Oh yeah. Die. Oh, die kriegen auf jeden Fall alle. Tauschen wir gegen die Machtstiefel aus Gumbo. Ja. Ja. Bei der Schild, den brauchen wir nicht. Der ist schlechter. Ja. Bis auf diesen teuren Schild. Plus 19 verteilen, plus 1 Zauberkraftstufe. Dann würde ich sagen, handeln wir den Eimer bei Fina. Weil es halt plus 1 auf Zauber gibt. Und da Fina unsere Zauberin schlechthin ist, hat sie es mehr als, ja, mehr als alles andere verdient. So, dann gibt es noch natürlich die Gegenstände. Was gibt es hier? Das Verwirr-Amulett haben wir schon. Das Ding, keine Ahnung. Funken haben. Und jetzt plus 10 Verteilung ist natürlich eine Ecke. Wird da ja direkt einmal gekauft. Den schwarzen Götter haben wir auch schon. Äh. Hiervon haben wir jeweils nur eins. Da kaufen wir auch nochmal jeweils eins. Den brauchen wir nicht. Das brauchen wir erst recht nicht. Ja, von dem Rest, äh. Kaufen wir auch jeweils zwei. Für, ich würde sagen, den Koffer. Nicht? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Welcher war jetzt? Welcher hat eben noch gefehlt? Ich glaube, das Winddinge. Nicht? Das ist ein normaler Heulerangriff als Gegenstand. Das ist ein Zepp, wie wir den schon im Wald gefunden haben. Das ist ein Knistern und das ist ein Bebenangriff, wie er das schon sagt. Ja, sehr viele nützliche Gegenstände sind das auch nicht. Größteils Angriff und Heilung. Ja, und ein paar Sachen, die jetzt nicht so nützlich als Accessoire sind. Gut. Dann war das auch schon der Shop von Cafu. Nicht jetzt so spannend, aber hat doch immerhin ein paar Upgrades gebracht, nicht? So, die kommen in den Koffer alle. Zack. Welche Waffen wir jetzt ablegen, müssen wir mal gucken. Das Schockmesser? Das würde ich Fina schon eigentlich ausrüsten. Das ist nämlich schon ein dickes Upgrade. Und dann können wir die alten Sachen von Fina nämlich wegpacken. Die Senkpeitsche, die kann dann weg, auch wenn sie Explosionen drauf hat. Die hat zwar Wasser, aber ich glaube, der nächste Dungeon ist eh nicht so attributlastig. So, genau so kann das andere Messer dann weg. Würde ich mal behaupten. Und Web. Du kannst dir gleich den Boomerang schnappen. Plus sieben Angriff? Ja, bitte. Dann kann das Ding nämlich auch weg. Das Schockbuch kann weg. In den Koffer. Und Web's Zeug. Genau, dann die beiden noch. Joa. Ich würde sagen... So können wir erstmal verbleiben. Oder etwa nicht? Zwei Keulen haben wir. Okay, dann kann der Feuerstab auch weg. Bitte. So. Dann verbleiben wir erstmal so. Ja. Ja. Würde ich schon sagen. Gut. Dann haben wir fertig eingekauft. Und Gegenstände gemanagt. Wie das halt so immer ist, wenn man ins neue Dorf kommt. Das ist der Gast. Du hast uns einfach durch das Fenster angesprochen. Du hast sie ins Gasthaus eingeladen. Spinnst du, Web? Du weißt doch, Fremde dürfen nicht hierbleiben. Wenn ich es mit meinem Opa bespreche, gibt es keine Einwände. Gehen wir schnell zu meinem Opa. Ja. Ich würde aber es allerdings sagen. Mit 32,5 Stunden machen wir das erst im nächsten Part von Let's Play Grandia HD Remaster. Urwald 3. Urwald 3, Urwald 3, Urwald 3. Ja. Weil wir jetzt schon wieder drei Stunden auf der Uhr haben. Mehr als gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir doch noch im Urwald so viel Zeit verbringen. Und wenn der Speicherplatz nämlich auch langsam wieder knapp wird. Ich muss wieder rendern, was das zurückhält. Und mit dieser großen Chopping-Tour und Web jetzt im Boot unserem alten Haudegen machen wir uns jetzt einen Schnitt. Dann lassen wir uns von Web's Opa belehren und schauen mal, was er mit den Tomaten genau meint. Ja. Dann würde ich sagen, schaltet wieder ein. Wenn es wieder ist, Let's Play Grandia HD Remaster mit mir, den Chokobomber auf der Switch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.